Okay, hört zu. Das ist also der Garten Eden, mein Paradies auf Erden. Ich möchte, dass ihr hier lebt. Hey, Adam, hör mir zu. Das ist wichtig. Verstanden? Also, wo war ich denn jetzt? Richtig, ihr werdet hier leben. Da drüben ist euer Zuhause. Es gibt reichlich zu essen hier im Garten. Also eigentlich überall. Die Tiere werden nett zu euch sein, außer der Schlange. Ich habe sie aus Versehen erschaffen und jetzt kann ich sie nicht mehr loswerden. Sie sieht aus wie ein wütendes Seil, also nicht beherren und unwirklich. Vor allem nicht auf das hören, was sie sagt. Ähm, sonst noch was? Äh, nein. Nö, ich denke, das war's. Ähm, seid nett zueinander. Kein dummes Zeug. Erfreut euch einander. Geht hin und vermehret euch. Oh Mist, verdammt. Ich hätte jetzt noch eine Sache fast vergessen. Esst ja nicht den Apfel. Was ist so ein Apfel? So. So. Untertitelung des ZDF, 2020